Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Schön, dass ihr da seid. Ihr sollt auf meinem Kanal immer etwas lernen. Das ist mein Ziel, das ist mein Anspruch. Ich hoffe, das schaffe ich auch heute wieder, euch was beizubringen. Und zwar diesmal mit einer wirklich verdammt schlechten Partie von mir. Ich würde sagen, es war eine der schlechtesten, wenn nicht die schlechteste Partie überhaupt. Und trotzdem kann man da was rausziehen. Deswegen viel Spaß damit. Ich habe jetzt vor kurzem Mannschaftskampf gespielt in der Oberleger. Ein Spitzenbrett gegen einen sehr starken Gegner, 2400 Elo. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe eine schlimme Partie gespielt. Eine wirklich schlimme Partie, eine wirklich schlechte Partie. Und ich habe mich so gefragt, was mache ich jetzt mit dieser Partie? Was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Und am Ende bin ich zu dem Entschluss gekommen, ich mache dazu jetzt ein offenes, selbstkritisches Video und zeige euch damit, dass auch stärkere Spieler, als ihr es vielleicht seid, auch mal richtig schlechte Partien spielen. Das ist okay. Das gehört zum Schach mit dazu. Die Frage ist so ein bisschen, wie geht man damit um? Und was zieht man daraus für Schlüsse? Und da versuche ich euch vielleicht heute ein bisschen was mitzugeben. Es ging schon so ein bisschen los, muss ich sagen, bei der Vorbereitung. Oberleger, weite Fahrten. Wir sind zweieinhalb Stunden durch die Gegend gefahren, früh aufgestanden. Und ich hatte immer vor, E4 zu spielen und dachte, ich spiele das Moragambit. Habe ich bisher selten auf dem Brett gehabt. Hatte ich eigentlich Lust zu, habe mir sogar im Auto nochmal ein, zwei Varianten angeguckt und habe mich da eigentlich gut gefühlt. Und dann sitze ich am Brett, mein Gegner war noch nicht da, die Runde war schon freigegeben. Die Bretter waren frei, ich war im Zug und ich habe mich so in mich hineingehorchen. Auf einmal habe ich gemerkt, weiß ich nicht. E4, keine Ahnung, habe ich irgendwie doch nicht so Lust zu und spiele also erstens D4. Und da muss ich mich schon gleich mal das erste Mal selbstkritisch hinterfragen. Wenn man weiß ist und am Zug, am Brett ist, dann muss man vor einer Partie wissen, was man spielt. Das kann nicht sein, dass man sich erst am Brett entscheidet. Das ist nicht gut. Man muss wissen, was man spielt und man sollte sich da auch vertrauen. Und wenn man eben irgendwo Lücken hat in Eröffnung oder sonst was, dann sollte man die einfach schließen, anstatt da unsicher hin und her zu schwanken. Also das war schon das Erste, wo es schon mal so ein bisschen in die falsche Richtung geht. Und zu den nächsten Züge habe ich dann auch einfach nur so ein bisschen Larifari, habe ich so einen Aufbau gewählt, den man sicherlich machen kann. Als weißer jetzt nicht sonderlich aktiv, aber so ähnlich habe ich schon öfters gespielt. Kann man durchaus machen, aber ich habe nicht wirklich in die Stellung reingeschaut. Ich habe ziemlich schnell gespielt. Hier ist es wahrscheinlich schon besser, den Bauern jetzt zu nehmen. Schwarz holt sich den dann so zurück. Aber ich befreie hier meine Läuferdiagonale und gewinne vielleicht ein kleines Tempo. Und die Dame auf C5 steht auch nicht so super gut. Es ist nichts Wildes. Ich spiele am Anfang C4 und dann geht es irgendwie so weiter. Aber das wäre sicherlich noch ein bisschen angenehmer gewesen. Stattdessen lasse ich Schwarz hier tauschen. Und jetzt ist mein Läufer natürlich so ein bisschen zu in der Diagonalen. Und zusätzlich ist jetzt die schwarze C-Linie auf. Ein Motiv, was wir gleich sehen werden. Läufer E2, Springer C6, Rochade, Läufer E5, Springer D2, Rochade. Und jetzt spiele ich, ich gucke vielleicht eine Minute aufs Brett, wenn überhaupt, und spiele den folgenden Zug. Er ist wirklich einer der schlechtesten Züge, die ich wahrscheinlich in der Eröffnung in den letzten Jahren gespielt habe. Er ist wirklich schlimm. Er ist richtig, richtig schlimm. Und zwar spiele ich Torm E1. Ein auf den ersten Blick logisch aussehender Zug. Hätte ich, naja, vielleicht mal zwei Minuten reingeguckt. Dann wäre mir vielleicht das Problem aufgefallen. Mir ist es tatsächlich aufgefallen, nachdem ich den Zug gespielt habe. Ihr könnt ja erstmal das Video anhalten und versuchen herauszufinden, was ist das Problem dieses Zuges. Ich verrate es euch. Das große Problem ist Springer B4. Und ich kann diesen Bauern C2 schon nicht mehr richtig decken. Ich kann nicht Läufer D3 spielen, weil Schwarz da zweimal den natürlich einfach rausnimmt. Und dann hier sogar eine Gabel hat. Ich kann nicht, was ich gerne machen würde, Torm C1 spielen. Damit, weil dann fällt der A2, mein Torm hängt schon wieder, der Torm geht zurück, der Springer geht nach hier und greift wieder den an. Das wird alles ganz furchtbar. Egal wie, es wird ganz furchtbar. Und das Schlimme an diesem Zug Torm E1 ist, dass das hier eine Gabel ist. Sonst gibt es taktische Ideen, dass ich den Springer auf C2 reinkommen lasse, dann Torm C1 spiele und der vielleicht nicht mehr rauskommt. Dann ist das gar nicht so schlimm. Aber jetzt ist es gleich eine Gabel und es ist wirklich katastrophal. Wenn man das verhindern will, kann man hier vielleicht einfach sich überlegen, A3 zu spielen. Ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder man spielt natürlich hier C4. Das ist der aktive, ambitionierte Zug. Und ist dann bereit, mit dieser Bauernstruktur zu spielen. Den hängenden Bauern, C und D Bauern von Weiß auf den offenen Linien von Schwarz. Nennt sich hängende Bauern. Hat Vor- und Nachteile. Wollte ich aber eigentlich nicht spielen. Und deswegen wäre vielleicht dann in dem Moment jetzt A3 oder irgendwas anderes. H3 kann ich auch spielen. Nur nicht Torm E1. Weil nach H3 zum Beispiel Springer B4. Jetzt kann ich einfach C3 spielen. Und wenn der Springer da reinhopst, spiele ich Torm C1 und der Springer kommt nicht mehr raus. Und Torm E1 ist wirklich schlimm. Und das darf auf meinem Niveau, jetzt so im Bereich 2200, um den Dreh beim Gegner in 2400. Das darf natürlich mir nicht passieren. In einem Mannschaftskampf, Oberliga, erstes Brett, wo es um was geht. So einen Zug da innerhalb von so wenigen Sekunden rauszuknallen und nicht hinzuschauen. Das war einfach schon richtig, richtig schlecht. Also es war jetzt kein Blander. Ich habe das nicht übersehen. Ich habe einfach nicht richtig hingeguckt. Das ist noch viel schlimmer eigentlich. Da muss ich meine Einstellung hinterfragen. Ja, wirklich, wie kann das sein, dass ich da am Brett sitze in so einer wichtigen Partie und mir keine Gedanken mache über das, was ich da tue? So, Springer B4. Ja, der kam natürlich. Und da saß ich nun. Und ich habe erst mal noch probiert, was ich erst so ein bisschen dachte, dass man irgendwie G4 spielen kann. Das war so meine Hoffnung, dass man sich mit G4 hier rettet. Springer nimmt hier, nimmt da, nimmt da und nimmt da. Jetzt hätte ich zwei Figuren für den Turm. Und das wäre super, weil jetzt auch die Königstellung geschwächt ist. Meine Springer da reinkommen. Das wäre materiell vollkommen in Ordnung. Das war das, wo ich so ein bisschen intuitiv eh dachte. Der Springer B4 wird schon G4 irgendwie gehen. Wenn der Springer da nimmt, dann kann ich vielleicht sowas machen. Irgendwie so in diese Richtung. Aber das geht schon gar nicht. Und was noch schlimmer ist, der Läufer kann ich einfach nehmen. Meine Dame geht nach hier. Tromm C8. Die Dame hat kein Feld. Die wird gleich in fiesen Abzügen stehen. Das ist einfach eine ganz furchtbare Stellung. Das heißt, es geht hier einfach nicht. Und ich brauchte echt eine Weile, um das erstmal zu verarbeiten. Dass ich hier im zehnten Zug einen richtigen Blunder gespielt habe. Und hier richtig Material anstellen werde. Als weißer im zehnten Zug. Und da musste ich mich jetzt mal schütteln. Und erstmal überlegen, was mache ich jetzt. Spiele ich Turm, gebe ich hier diese Bauern mindestens. Und ich habe mich dann entschieden, jetzt die Qualität zu geben. Ich habe jetzt C3 gespielt. Und den. Und jetzt, ja, fällt eben eine Determine. Das heißt, es geht eine Qualität. Und ich kriege dafür gar nichts. Ja, erstmal überhaupt gar nichts. Keinen einzigen Bauern. Keine einzige Schwächung von Schwarz. Und deswegen, um wenigstens irgendwas zu haben, wogegen ich spielen kann, habe ich mich jetzt entschieden, Springer H4 zu spielen. Um nach dem hier zu nehmen, ihm das Läuferpaar zu zerstören. Damit ich zumindest das Läuferpaar habe. Und seine Bauernstellung, so eine Königstellung, ein bisschen aufzureißen. Ihr könnt ja mal das Brett, das Video anhalten. Und sagen, warum das gar nicht so eine gute Idee war. Schwarz am Zug hier. Was hätte er machen können? Ich verrate es euch. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht. Ich dachte, logisch, er muss den wieder schlagen. Aber der Computer zeigt ja eiskalt. Man schlägt den weg. Und auf dieses Schlagen rettet man jetzt einfach seinen Springer. Und der Springer kommt nicht mehr raus. Man gewinnt den. Man hat auch die Qualität gewonnen. Zusätzlich hat man aber hier noch einen Megaspringer auf F4. Und jetzt ist der weiße König, der dir schlecht steht. Das heißt, man hat eine Qualität mehr plus alle Vorteile der Welt zusammen. Da ist das Haus hoch gewonnen. Haben wir beide überhaupt nicht drüber nachgedacht. Deswegen hat er hier genommen und ich nehme hier. Und auch jetzt ist es natürlich einfach eine Qualität mehr für Schwarz. Und wie gesagt, ich musste mich hier schütteln. Auch hier immer noch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Was mir dann immer wieder auch passiert, dass ich mich dann innerlich so ärgere und mir sage, was bist du denn für ein Idiot? Wie dumm bist du denn? Wie kann das passieren? Oh Gott, ist das schlecht? Oh Gott, was mache ich hier? Dann kommen natürlich noch Leute vorbei im Mannschaftskampf. Da kommen deine Mannschaftskollegen vorbei und gucken sich das an und schütteln den Kopf oder sowas. Und das muss man erstmal mental verarbeiten, dass man jetzt auch trotzdem noch zusieht, dass man Schach spielt. Und das hat bei mir echt eine Weile gedauert. Ich musste mich schütteln. Insgesamt habe ich mich jetzt für diese zwei, drei Züge mit dem Qualitätsverlust. Vorher habe ich eine Minute gebraucht für die ersten 15 Züge, 10 Züge. Und jetzt habe ich eine halbe Stunde gebraucht für die nächsten Züge, um mir zu überlegen, wie ich das mit dem Qualitätsverlust mache. Zumindest habe ich jetzt einen Plan entwickelt. Ich musste jetzt mir überlegen, wie kriege ich das denn hin, dass ich überhaupt noch eine Idee habe, wie ich ihn jemals unter Druck setzen kann. Ich will ja nicht einfach nur mit der Qualität weniger weiterspielen. Ich muss was tun. Wenn ich in einer Partie jemals noch eine Chance haben will, muss ich irgendwie meine Chancen suchen. Und meine Chancen machen jetzt natürlich durch diese geöffnete Königstellung. Und ich dachte mir, wenn ich meine Dame da hinkriege, vielleicht meinen Springer nach hier, meinen Läufer hier rüber, wer weiß, mein Tor mal in diese Richtung, vielleicht auch mit G4 die G-Linie öffnen, dass ich halt hier so spiele. Das waren natürlich mal meine Ideen und vielleicht mit dem Läufer hier oder auch mit dem Springer hier, vielleicht auch auf der 5 mal so ein Opferdrohr. Irgendwie so in diese Richtung ging das. Und Schwarz spielt jetzt, ich spiele jetzt mal Läufer D3, da dachte ich gehöre da sowieso hin. Es kommt Tom C8, ich habe Tom C1 gespielt, es kommt Dame A5, greift den A2 an, ich spiele A4. Das war mir hier sowieso erstmal nicht so wichtig, was hier am Damenflügel passiert. Meine Hoffnung war, dass am Damenflügel möglichst nicht viel passiert, damit ich danach am Königsflügel was machen kann, ohne am Damenflügel Probleme zu haben. Deswegen war es mir jetzt ganz recht, dass er anfängt seine Figuren rüber zu ziehen, weil die vielleicht fehlen. Er spielt Tom D8, er spielt jetzt F3. Eigentlich soll da ja ganz gerne der Springer hin, aber das Problem ist, Schwarz kriegt dann diese Möglichkeit. Das wollte ich ihm auf keinen Fall geben. Ich wollte ihn möglichst ein bisschen einengen mit seinen Figuren, dass er nicht so viele Möglichkeiten hat und deswegen F3, damit ich auch Dame H4 spielen kann. Jetzt kommt Dame C7 und jetzt kommt tatsächlich so eine Partiephase, wo mein Gegner irgendwie nicht so einen richtigen Plan hatte oder nicht so einen guten Aufbau hatte. Oder ja, eigentlich keinen Plan, wie er jetzt danach versucht seine Mehrqualität zu verwerten. Ich habe halt versucht, was mir wichtig war, die Linien geschlossen zu halten. Weil er hat ja einen Turm gegen eine Leichtfigur, das heißt, ihm helfen offene Linien, weil da der Turm, den er mehr hat, im Vergleich zu mir, natürlich zur Geltung kommt. Und den wollte ich nicht zur Geltung kommen lassen. Jetzt kommt Dame H4, H6, Springer F1, der Springer geht jetzt hier so in diese Richtung, Dame B6, okay, greift den an. Aber ihr seht, die Dame zieht und zieht und zieht und zieht und ich komme langsam meinem Aufbau näher, nämlich dass ich hier meine Figuren darüber kriege. Und hier muss ich sagen, hier habe ich schon eine Menge Fortschritte gemacht innerhalb der letzten Züge und habe gemerkt, okay, so langsam kann ich zumindest ein bisschen Schach spielen. Und so langsam habe ich Ideen und kann gegen meinen Gegner was tun. Und jetzt habe ich mich deutlich wohler gefühlt, dass ich sage, okay, wir sind bald dabei, dass wir eine kleine Partie haben. Vorher war das halt einfach keine Partie da, war ich kurz davor gefühlt aufzugeben. Dame F8, sehr passiv, Läufer C1, Turm C7 will sich verdoppeln, deswegen erstmal Läufer F4 und schaut mal, wie ich meine Figuren aktiviert habe. Der Läufer steht hier bombastisch, der geht mal vielleicht nach da, der Springer kommt jetzt, vielleicht auch nochmal G4 mit der Gehlinienöffnung und auf einmal hatte ich Ideen. Und der König, ja, wer weiß, ob man dem nicht mal zu Leibe rücken kann. Schwarz spielt jetzt A6 und jetzt kommt Springer G3 und da dachte ich vielleicht drohen auch schon mal so Opfer auf F5. Und so langsam fand ich die Stellung echt unangenehm für Schwarz. Der Computer, dem ist das natürlich egal, der ist eiskalt, der sagt gar kein Ding, das verteidige ich alles und spielt sowas wie B5 sogar und opfert unter, genau das was ich vorhin gesagt habe, opfert jetzt sogar unter Bauernopfer die Linie frei für seine Türme, damit er mit seinen Türmen da reinkommt, um genau das zu erreichen, was ich gesagt habe, die Türme brauchen offene Linien. Aber mein Gegner und ich haben das beide ähnlich gesehen, dass Schwarz hier langsam schon richtig unangenehm steht und vielleicht da eben schon taktische Sachen drohen. Und deswegen entscheidet er sich jetzt hier, die Qualität wiederzugeben. Und das ist natürlich ein Eingeständnis dafür, dass es für ihn jetzt diese Partiephase vollkommen schief gelaufen ist. Und ja, ich muss die Qualität nehmen. Was soll ich machen? Ich würde sie gerne nicht nehmen, aber leider hängt der C3. Mein Läufer ist natürlich super, eine super Figur, aber da der C3 hängt, muss ich den nehmen. Und ja, jetzt waren wir auf einmal wieder bei Ausgangslage. Und dann dachte ich mir, ja geil, jetzt können wir eine Partie spielen. Habe meinen Mannschaftsführer auch gefragt, ob ich auch mal Remis machen kann. Er meinte, ja. Und ich hätte durchaus auch, muss ich sagen, wenn es jetzt ein bisschen gleich weitergegangen wäre, mir überlegt, in den nächsten Zügen Remis anzubieten, weil ich mental einfach echt immer noch nicht ganz auf der Höhe war. Ich war einfach froh, zu sagen, okay, ich habe das ja irgendwie hingekriegt, dass jetzt die Materiell wieder okay ist. Aber so ganz habe ich das immer noch nicht alles abgeschüttelt. Und deswegen hätte ich auch gerne Remis gemacht. Und auch, ja, der Mannschaftskampf war so, dass ich dachte, mit dem Remis kommt man vielleicht weiter. Aber mein Gegner, ich spiele den und deck den, mein Gegner spielt sofort A5 und verschärft das Tempo. Opfert einen Bauern. Die Idee ist, nach A3 zu kommen. Ich nehme den jetzt und jetzt kommt Dame A3. Und jetzt hätte ich wahrscheinlich einfach Läufer B5 spielen sollen, versuchen, diese Bauern zu halten. Es ist aber okay. Also das ist durchaus ausgeglichen, diese Stellung. Er kann dann versuchen, eben aktiv mit seinen Figuren zu spielen. Wird den Bauer nicht so einfach wiederkriegen. Aber dafür kriegt er eben gutes, aktives Spiel hier mit seinen Figuren. Ich dachte hingegen jetzt von der Einschätzung, soll er machen? Soll er den und den abholen? Ich opfere einen und öffne jetzt dafür den Königsflügel. Ich habe jetzt A3 gespielt, die Dame nimmt da, ich spiele G4, die Dame nimmt da und jetzt spiele ich G5. Und so in meiner ersten Einschätzung, ich hatte jetzt auch nicht mehr so super viel Zeit, deswegen habe ich jetzt ein paar Entscheidungen schneller getroffen, dachte ich, ich kriege jetzt Angriffschancen. Ich habe die offene G-Linie, ich habe die offene H-Linie, der Springer kommt hier nach A5, der Turm kommt hier irgendwie rüber. Und meine grobe Einschätzung war, ich kriege ja Angriffschancen. Für den Bauer und die schwarzen Figuren stehen alle im Abseits. Und ja, da zeigt, was jetzt passiert, da zeigt sich auch, dass meine schachliche Einschätzung an diesem Tag oder auch in dieser Phase gerade einfach nicht ganz auf der Höhe ist. Denn wir werden sehen in dieser Partie, es kommt nicht dazu. Es kommt überhaupt nicht dazu, es entwickelt sich ganz anders. Und das ist einfach eine Sache der langfristigen Einschätzung. Es hat jetzt nichts mit Berechnung zu tun. König F8 geht raus aus der G-Linie. Ich spiele König F2 mit der Idee, ich wollte jetzt den Turm hier rüberbringen. Er spielt Turm C8. Ich spiele Turm C1. Er spielt Dame D8, er holt erstmal seine Dame zurück. Ich spiele Turm G1, um wie gesagt hier matt zu drohen. Jetzt kommt aber Springer E8, bietet den Damentausch an. Und den Damentausch wollte ich natürlich nicht, weil ich einen Bauern weniger hatte, den geopfert hatte. Tatsächlich wäre es wahrscheinlich das Beste gewesen. Hier die Damen tauschen, dann vielleicht ruhig F4 spielen. Und dann ist es, das ist sehr, sehr schwer, diesen Mehrbauern für Schwarz zu verwerten. Weil das ist der hier, Schwarz hat keinen Freibauern. Er kann sich auch nicht so einfach einen Freibauern machen. Und das wird hier schwer, diesen Mehrbauern zu verwerten. Kann man natürlich, das ist durchaus möglich. Aber das hätte man für Weiß durchaus vernünftig weiterspielen können. Ich dachte, ich will die Damen nicht tauschen. Ich habe immer noch von einem Angriff geträumt und spiele hier Dame G4. Es kommt Dame F6. Und ja, jetzt habe ich auch einfach einen nicht so cleveren Plan gespielt. Ich dachte, es wäre clever mit meinem König jetzt hier rüber, tendenziell hier rüber zu rennen, damit ich hier spielen kann. Und spiele jetzt König E3. Und aber schon hier habe ich gemerkt, dass ich taktische Probleme bekomme. Mit dem König hier. Ihr könnt ja mal das Video anhalten und zum Beispiel sagen, was ist das Problem an dem? Ich hatte ja immer davon geträumt, den zu spielen mit der Idee, Springer H5 zu spielen. Haltet mal das Video an und versucht mal die taktische Lösung für Schwarz hier zu finden. Warum das jetzt alles nicht geht und warum ich so Probleme in dieser Stellung jetzt schon hatte. Ich verrate es euch, die Probleme liegen immer hier. Dass er den nehmen kann und den nehmen kann. Das ist nicht immer eine richtige taktische Lösung. Aber selbst mit dem Turm hier war das schon immer, selbst wenn ich den gedeckt hätte, wäre das eine Idee gewesen. Auf C3 immer den Turm zu opfern, um da reinzukommen. So kam das jetzt. Und Schwarz hat es auf jeden Fall jetzt geschafft, seine Figuren richtig gut hinzustellen. Er hat die hier mit Druck gegen D4. Er hat seinen Springer auf dem Topfeld gebracht. Sein Turm steht gut. Und irgendwie meine Figuren, die kommen. Der Angriff ist nicht da, von dem ich geträumt habe. Jetzt gehe ich mit dem König nach hier wieder zurück. Weil ich hatte Angst vor solchen Geschichten. Jetzt wieder Springer F4. Ja, hatte ich wieder hier irgendwie Angst. Jetzt gehe ich nach hier. Jetzt kommt Turm A8. Und das habe ich auch völlig unterschätzt, dass der Turm jetzt einfach darüber kommt. Ja, an diesem Tag war ich schachtlich einfach nicht auf der Höhe. Und habe einfach keinen guten Schacht gespielt. Habe teilweise einfache Dinge übersehen. Ich habe dieses Manöver tatsächlich nicht gesehen, dass er jetzt einfach über A2 kommt. Und ich habe auch nicht gesehen, wie dramatisch das wird. Jetzt habe ich schon ein Problem tatsächlich. Turm A2 ist schon richtig unangenehm. Ich spiele jetzt Turm B1. Mit der Idee, vielleicht ein bisschen hier Druck zu machen. Aber vor allem meinen König hier zu verstecken. Und jetzt haltet mal das Video an. Es gibt jetzt hier einen verdammt starken schwarzen Zug. Ich habe ihn sogar gesehen. Aber auch da dachte ich wieder kein Ding. Das kann ich taktisch abwärmen. Haltet das Video gerne an und sucht mal den mit Abstand stärksten schwarzen Zug. Ich verrate euch, Dame H6 ist hammerstark. Droht hier Dame D2 Schach. Und Dame H1 und sowas. Und meine schwarzen Felder. Ja, das habe ich einfach auch. Auch das war eine Sache, die ich langfristig nicht erkannt habe. Wie schlecht hier meine schwarzen Felder werden. Vielleicht muss ich jetzt hier 11-4 spielen, um zumindest versuchen, die schwarzen Felder noch so ein bisschen zuzumachen. Ist weiterhin keine gute Stellung. Aber währt vielleicht ein bisschen was ab. Ich habe mich jetzt auf Taktik verlassen und habe den gespielt. Und dachte, na gut, wenn die Dame nach hier geht und ich den nehme und die Dame nach hier nimmt, dann nehme ich den. Und dann wird das Ganze Dauerschach. Ja, dann kann ich hier so Dauerschach geben. Wenn der König nach hier geht, gebe ich hier. Und Dame und Turm zusammen, die werden Dauerschach geben. Das war so meine Hoffnung. Und er hat das natürlich gesehen auf Dame G3, dass das droht. Und man muss es auch einfach sagen. Mein Gegner hat in dieser Phase nach dem Qualitätsgewinn nicht so gut gespielt. Aber danach hat er wieder einfach das bessere Schach gespielt. Hat mehr gesehen, hat viel tiefer gesehen. Und findet jetzt die starke Lösung. Haltet mal das Video an und versucht mal die beste Lösung hier für schwarz zu finden. Um dieses Problem mit dem hängenden Springer, um sich darum zu kümmern. Ich verrate es euch, die beste Lösung ist hier einfach E5. Ich habe jetzt keine Zeit hier zu nehmen, weil die Dame nach da geht und da nimmt. Und dann droht halt hier alles. Ich habe keine Zeit, dadurch zu schlagen. Und jetzt, ja, E5 ist schon ein richtiges Problem. Damit E2 droht er trotzdem. Was soll ich machen? Ich spiele jetzt König F2, um mit dem König wegzulaufen. Hier geht auch schon nicht mehr viel. Und jetzt gibt es wieder einen hammermäßigen schwarzen Zug. Haltet das Video gerne an und sagt mal, wie schwarz hier. Versucht mal herauszufinden, was schwarz jetzt wieder für einen starken Zug hat. Habe ich auch überhaupt nicht gesehen. Überhaupt nicht gesehen. Mein Gegner hat ihn gesehen. Ich verrate es euch. Läufer F6. Und wenn man sich jetzt diese Stellung anguckt, da sieht man, wie weit meine Einschätzung dieser Stellung vorhin daneben war. Dass ich gesagt habe, ich kriege Angriff. Schaut euch das mal an. Meine Figuren stehen alle katastrophal. Die stehen einfach in der Gegend rum. Die machen gar nichts. Mein Läufer, ja, ganz nett. Aber er macht nichts. Ich werde auf den schwarzen Feldern zerlegt. Dieser Turm ist aktiv. Mein Turm auf RB-Linie macht leider gar nichts gegen B7. Meine Dame, da gibt es nichts mehr. Alle meine Figuren stehen schlecht und alle seine Figuren stehen gut und greifen an. Und das habe ich völlig anders eingeschätzt. Und das ist tatsächlich eher ein Einschätzungsproblem. Ja, und hier ist die Stellung schon voll verloren. Hier gibt es sowieso schon nichts mehr zu machen. Ich habe jetzt noch ein bisschen rumgerührt, weil mittlerweile war es auch klar, mannschaftstechnisch werde ich gewinnen. Also werden wir einen Punkt zurücklegen am Ende. Ich muss gewinnen. Das hat es natürlich nicht einfacher gemacht. Ich spiele jetzt König F1. Ich muss natürlich irgendwie raus aus dem Schach. Er hat nochmal kurz dieses Zwischenschach gegeben und nochmal zurück und nochmal. Und jetzt habe ich schon das große Problem gesehen. Halte das Video gerne an und versucht mal den besten schwarzen Zug zu finden, der mich sofort platt macht. Und der beste schwarze Zug ist hier Dame D2. Warum? Der ist tatsächlich nicht leicht schlechter, weil ich auf den F hier spielen kann und dann die Damen gegenüber stellen kann. Damit habe ich noch eine Chance. Dame D2 ist besser. Und ja, meine große Problemfigur, ich hätte es nie geahnt, dass dieser Läufer eine Problemfigur wird. Der hat kein Feld. Der hat kein Feld, um diesen Springer gedeckt. Ich kann ihn nicht decken. Und der hat kein Feld, um diesen Springer gedeckt zu halten. Und hier gibt es jetzt so ein paar taktische Geschichten. Ihr könnt ja mal die Lösung zum Beispiel suchen auf den. Ich hatte mich erst darauf verlassen, dass der möglicherweise eine taktische Ausrede wäre. Sieht natürlich verkehrt aus. Alle meine Figuren zurück auf die Grundreihe und so. Aber es geht auch einfach überhaupt nicht. Ich versuche mal die Lösung zu finden, warum der nicht funktioniert. Ich verrate es euch. Es gibt mehrere Läufer A4. Das ist zum Schaden sicherlich auch gut. Aber am einfachsten ist es hier Schach geben. Meine Dame geht dazwischen. Hier Schach geben. Und dann matt setzen. Setz einfach matt. Habe ich auch erst viel zu spät erkannt. Das passt einfach alles zu diesem Tag. Zu meinem Schach. Dass ich da einfach viele Dinge einfach nicht gesehen habe. Oder übersehen. Oder falsch. Ja. Oder erst zu spät. Zu spät dann gesehen habe. Ja. Ich habe kurz überlegt, ob ich den hier nehme. Und dann mich nochmal so. Und hier droht immerhin sowas. Und vielleicht ein matt. Aber das ist natürlich nichts. Ich habe einen ganzen Turm weniger. Die Dame geht hier einfach hin und deckt den. Jetzt muss ich nach hier. Und da ist natürlich einfach gar nichts los. Wie soll das jemals matt werden mit einem ganzen Turm weniger. Also letzte Hoffnung. Einziger Zug, den ich hier noch gesehen habe. Der überhaupt mich träumen lässt. Ist hier F4. Deck den Läufer. Aber natürlich. Die schwarze Antwort lautet E4. Und stellt mich wieder vor die gleichen Probleme. Dass ich jetzt kein Feld für meinen Läufer habe. Und jetzt kommt noch mein letzter taktischer Trick. F5. Und er funktioniert leider einfach überhaupt nicht. Schwarz hätte sogar hier nehmen können. Ich habe gehofft, dass es vielleicht Dauerschach wird. Aber das wird es einfach nicht. Der geht hier raus. Dame G3. Und dann geht zum Beispiel der Läufer dazwischen. Also es wird auch nie im Leben Dauerschach. Da hat man hier einfach eine Figur gewonnen. Aber mein Gegner spielt das noch viel besser. Habe ich dann auch gesehen. Aber ich musste noch irgendwas versuchen. Wie gesagt, Mannschaftskampf. Hätte man ja vielleicht noch irgendwie hoffen können, dass irgendwas geht. Springer schlägt. F5 geht einfach. Und jetzt hängt hier meinen Läufer. Hier droht immer noch Probleme. Und meine Dame hängt. Jetzt kann die zwar dieses Schach geben. Aber jetzt habe ich einfach nur noch Probleme. Ich habe nur schlechte Figuren. Der Läufer hängt. Ich kann jetzt immerhin, was ich auch gemacht habe, meinen Läufer wegziehen. Aber schaut euch mal meine Figuren an. Der Läufer steht hier rum. Die Dame steht auf B8 rum. Der Traum hier rum. Und die schwarzen Figuren, die sind alle in der Nähe von meinem. Und mein König ist vollkommen nackt. Der ist vollkommen aufgerissen. Und ja. Jetzt ist es beliebig gewonnen. Er wählt den hier. Droht schon sowas wie Läufer h4 und so. Meine Dame kommt zurück. Und auch hier gibt es jetzt viele Gewinnvarianten. Haltet gerne das Video an und versucht mal. Könnt ihr mal ein bisschen was probieren für schwarz. Hier gewinnt fast jeder Zug. Er wählt mein Gegner meiner Meinung nach die simpelste. Also was simpelste, aber klarste Variante. Er opfert hier die Qualität. Wenn ich mit der Dame wieder nehme, kommt die Gabel. Also nimmt der Läufer wieder. Jetzt kommt trotzdem die Gabel. Gehe ich nach hier. Jetzt nimmt er den mit Schach. Jetzt gehe ich nach hier. Jetzt nimmt er den mit Schach. Jetzt gehe ich nach hier. Jetzt geht er nach hier. Und jetzt seht ihr schon. Wenn er den jetzt zum Beispiel allein schon tauscht, dann hat er vier Bauern für die Qualität. Aber es wird noch viel schlimmer. Jetzt kommt einfach Läufer G5. Und hier droht überall Matt auf den schwarzen Feldern und so. Und das ist, ja. Hier habe ich jetzt auch aufgegeben. Hier hat es mir gereicht. War mir schon lange klar, dass diese Partie völlig verloren ist. Und was soll ich sagen. Ein hochverdienter Sieg von meinem Gegner. Er hat einfach besser gespielt. Er hat mehr gesehen. Es gab eine gute Phase, wo ich die Qualität verloren hatte. Da habe ich tatsächlich mein bestes Schach gespielt. Und da habe ich einen ganz guten Plan entwickelt. Und habe da eine Weile besser gespielt als mein Gegner. Aber sonst, ja. Man darf die Qualität dann im zehnten Zug nicht einstellen. Und dann auch danach eben lief einiges schief. Und die Frage ist jetzt eben, was macht man aus so einer Niederlage. Ja, man muss ja irgendwie Schlüsse daraus ziehen. Und es hilft nicht, sich jetzt fertig zu machen. Es hilft nicht zu sagen, boah, bin ich schlecht. Boah, war das schlecht. Das hilft nichts. Das bringt ein Schachtel nicht weiter. Man sollte einfach nach Ursachen suchen. Und eine Ursache für mich weiß ich schon, diese Vorbereitung. Eröffnungsvorbereitung. Ich war mir unsicher. Auch in den letzten zwei, drei Partien war ich über den Verlauf der Eröffnung nicht zufrieden. Und ich weiß ganz klar, ich muss was an meiner Eröffnung tun. Zack. Das ist ganz klar. Das ist das Fazit, was ich daraus ziehe. Ich muss was aus meiner Eröffnung ziehen, damit ich sicherer an diesen Stellungen werde. Und auch vor allem wieder die Stellung erreiche, die ich möchte. Das ist nicht nur immer das Problem, dass ich in der Eröffnung schlecht spiele. Sondern, dass ich oft vernünftig rauskomme. Aber nicht die Art von Stellung erreiche, die ich möchte. Und das liegt natürlich auch an der Eröffnung. Und da kann man ansetzen. Dass man sich da was anderes sucht oder nochmal ein bisschen was anguckt. Varianten ein bisschen ändert. Das ist Punkt eins. Das ist dann Punkt zwei eben diese mentale Vorbereitung. Dass ich dann durch diese Eröffnung auch mir überlegt habe, was ich spiele. Und dann einfach fit bin am Tag. Und da wirklich hingucke. Und ja, eben mental fit bin. Nicht wieder, ich war aber gefühlt halt so halb abwesend. Und die Sache mit dem weniger Sehne und so. Taktiktraining. Taktiktraining sollte ich wieder mehr machen. Weil ich gemerkt habe, dass ich in diesen Variantenberechnungen langsam war. Und auch nicht so tief geguckt habe, wie mein Gegner. Da hilft Taktiktraining. Ganz klar. Ja. Und das sind so die Sachen, die ich da mitnehme. Wie gesagt, es hilft nichts, sich fertig zu machen. Euch hilft das. Ich habe dieses Video auch gemacht, um euch das vielleicht zu zeigen, wie man damit umgehen kann. Und das ist auch jedem mal passiert. Das ist okay. Das gehört zur schachlichen Entwicklung dazu. Wenn natürlich sowas ständig passiert, dann muss man das nochmal tiefer hinterfragen, was da die Ursache sein könnte. Kann natürlich auch sein, dass der Gegner einfach deutlich besser ist. Und das war er heute auch. Das ist natürlich auch ein Grund. Mein Gegner war einfach sehr, sehr, sehr gut. Das ist nicht der Hauptgrund. Wie gesagt, der Hauptgrund suche ich erstmal bei mir. Ganz klar. Aber ein guter Gegner tut natürlich sein Übriges. Er hätte ja vielleicht in einer dieser Fallen oder in dieser Fallstricken, hätte er vielleicht manchmal nicht die beste Variante finden können, dass ich noch taktische Gegenschancen bekomme. Hat er nicht. Hat er alles gesehen. Deswegen verdient er Sieg. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen was gebracht. Hat trotz dieser Selbstkritik euch vielleicht, wie gesagt, gezeigt, wie ihr mit sowas umgehen könnt. Und lasst mal gerne einen Kommentar durch zu euren schlimmsten Niederlagen, was ihr daraus gelernt habt. Und ansonsten Daumen hoch bitte und bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Schachpander. Ciao.